Hallo, hier ist Andersen Sturm mit Andersens Kaffeetasse Nummer 8. Ja, geht los. Ich möchte über ein Thema sprechen, das euch wahrscheinlich jeden Tag umtreibt. Und wie man damit umgeht. Denn auch wenn ihr dieses Wort vielleicht nicht jeden Tag benutzt und es euch vielleicht nicht sofort klar ist, dass ihr jeden Tag damit struggelt, denke ich schon, dass der Umgang mit, ja ich sag mal, widersprüchlichen, nicht stimmigen, nicht zusammenpassenden, gleichzeitigen Eindrücken und Informationen aus der Welt um euch herum, also eure Welt, die ihr als euch herum wahrnehmt. Und der Umgang mit so einer Ambiguität, mit so einer Widersprüchlichkeit, mit so einem dialektischen Input, der ist doch im Grunde das, was wir täglich diskutieren sollten, um aus dieser Nummer rauszukommen. Ist euch aufgefallen, dass nur dembei, dass wir jetzt nur noch von Demokratie reden und nicht mehr von Demokratie und Toleranz? Das wäre auch mal interessant, so die Geschichte zu verfolgen, das ist eine Aufgabe für einen Wissenschaftler, der bin ich nicht. Die Geschichte zu erfolgen, wann das in der öffentlichen Diskussion kippte und warum und in welchem Zusammenhang, ja, ganz schnell ist man dabei, einfach zu sagen, bei Corona. Aber glaube ich nicht, ich glaube, es ging schon vorher los. Tolerie und Tolerat hieß das schon in Fachkreisen, was eine Kritik beinhaltet. So, wieder raus aus diesem Schlenker. Es geht um Ambiguitätstoleranz. Noch ein Schlenker. Die letzte Folge konnte nur ertragen, wer tatsächlich am Inhalt sehr interessiert war. Sorry dafür. Ich hatte einfach ein, also das Mikrofon glitt auf einer Oberfläche hin und her, ganz offensichtlich auf einer glatten. Aber es ist mir auch schon in anderen Podcasts gelungen, so die tatsächlichen Hardcore-Hörer herauszufiltern. So, Spaß beiseite. Ist ja kein Witz-Podcast hier. Es ist einfach der langsamste Podcast der Welt und unter Umständen für einige Menschen interessant. Und auch das könnte eine Ambiguität sein. Also auch das könnte etwas sein, was nicht unbedingt zusammenpasst. So langsam zu denken und zu sprechen in einer Welt, die sich so rasant wandelt und zeitgleich mehreres ist. Das war sie schon immer. Aber wir erzählen uns diese Welt nur in einer möglichen, konsistenten, kohärenten Form. Das haben wir aber aufgegeben zu dieser Zeit. Das hat Gründe. Die gucken uns heute aber gar nicht an, sondern wir schauen uns an, wie können wir damit umgehen. Oder wir fragen uns das. Oder ich frage mich das. Wie geht man damit um, dass man, ich sag mal vorsichtig, nicht allem emotional und intellektuell zustimmen kann, was aus der Welt auf einen einprasselt. Wie kann man damit dealen, dass man trotzdem bei sich bleibt und nicht verzweifelt und nicht die Augen verschließt und sich trotzdem als unzerrissen wahrnimmt, was man ja gar nicht ist. Also man ist weder eine Einheit, noch besteht man aus losen Teilen. Es ist einfach, ja, gar nicht einfach. Sagen wir eher, es ist eine Wolke. Ja, und unser Ich-Bewusstsein bedient sich an verschiedenen Netzwerken und Bestandteilen, wie es das Gehirn halt so macht. Wie kommt man damit klar, dass Menschen, die man mag, Meinungen und Überzeugungen haben, die man nicht teilen kann und die man vielleicht auch nicht mag? Wie kommt man damit klar, dass Menschen, die man nicht mag, 100 Prozent das sagen, was man selber denkt? Wie kommt man damit klar, dass sich Menschen von einem abwenden, weil man bestimmte Ideen hat und ausspricht? Wie kommt man damit klar, dass man von Menschen abgelehnt wird und dass man Menschen ablehnt? Und wie kommt man damit klar, dass man für Aussagen, die ja erst mal nur Aussagen sind, von anderen Menschen auf der personalen, personellen Ebene beschimpft und beleidigt und vielleicht sogar bedroht wird? Und wie kommt man damit klar, welche Toleranzbreite braucht man, um dabei gesund zu bleiben? Wobei das schwer zu definieren ist, was jetzt gesund ist. Gesund in einer kranken Welt behaupte ich gar nicht. Ich gebe das nur zu bedenken, dass natürlich, wenn man selbst gesund sein will, auch die Umstände, in denen man lebt, gesund sein sollten. Also gesund ist ein sehr dehnbarer Begriff. Eine Form muss in eine andere hineinpassen, um als gesund wahrgenommen zu werden. Auch da ist wieder ein Toleranzbereich erforderlich. So, und jetzt könntet ihr eigentlich schon los antworten. Wie kommt ihr damit klar? euch mit Gedankengut, was euch widerstrebt, ständig nicht konfrontiert, sondern ja, vielleicht doch, aber nicht triggern zu lassen, sondern wahrzunehmen und die Aussage vom Menschen zu trennen und dabei bei euch zu bleiben und nicht in Muster zu verfallen, die ihr selber nicht mögt. Wie kommt ihr damit klar? Diese Gegensätze, die von der Gesellschaft gepusht werden, getriggert werden, immer mehr Aufmerksamkeit kriegen, Fakten kriegen immer weniger Aufmerksamkeit, auch Events kriegen weniger Aufmerksamkeit, es verschiebt sich in Richtung gefühlte Wahrheiten. Wie kommt ihr damit klar, dabei trotzdem ruhig zu bleiben, bei euch zu bleiben und bei euren Überzeugungen zu bleiben, solange sie eure Überzeugungen sind. Also bei einer Überzeugung zu bleiben, die man eigentlich verloren hat, ist nicht gut für einen selber, würde ich mal behaupten. Und das ist noch ein Thema, womit man jeden Tag zu tun hat und ablenken kann man sich dadurch dabei eigentlich nur mit körperlicher Tätigkeit oder irgendwelchen Tätigkeiten, die damit halt gar nichts zu tun hat. Aber man trifft es halt immer noch ein Schlenker, die Bundesregierung möchte jetzt was gegen Einsamkeit tun. Dabei tauchen Worte wie Kapitalismus, Neoliberalismus, gesellschaftliche Zwänge der Vereinzelung und so weiter. Das taucht alles nicht auf in den Diskussionen. Das ist einfach ein gemessenes Datum, dass immer mehr Menschen, auch je älter sie sind, umso einsamer sich fühlen und dass man ich hatte schon mal einen Beitrag gehört von einem Einsamkeitsbeauftragten einer Wohnungsgesellschaft ja, dass man eigentlich eine sozialere Gesellschaft bräuchte und sie einfach sozialer gestalten könnte als Regierung, das aber gar nicht will, sondern sich lieber diesen Punkt Einsamkeit raussucht und so tut, als hätte man damit gar nichts zu tun und als hätte man selber nicht eingewirkt auf die Veränderung der Gesellschaft ins Unsozialere hinein, als würde man das gar nicht beeinflussen können. Ja. Ist in der Neoliberalisierung der Bundesrepublik der letzten 30 Jahre ein Trend, ein Megatrend so zu handeln? Das heißt, auf bestimmten Gebieten nicht zu handeln und einfach zuzugucken und sich einzelne Symptome anzusehen und die zu bekämpfen, als wären sie ein Strohmann. Das ist ein sehr erfolgreiches Handeln, schwer zu durchschauen für viele Menschen. Behaupte ich, vielleicht ist es auch leicht zu durchschauen, sie möchten das so. Keine Ahnung. Ja, wie geht ihr mit Ambiguität um? Das ist the question. Jetzt war ich zu schnell für diesen Podcast. Wenn ihr von mir antworten wollt, dann müsst ihr mir das sagen, dann erzähle ich euch irgendwas. Ja, so lange, glaube ich, mache ich irgendwas. Okay. Wie geht ihr damit um, dass diese Folge so seltsam ist? das war anders als Kaffeetasse Nummer 8. Prost!